Herzlich willkommen. Zehn Jahre, wir haben es satt. Dieses Jahr muss das Jahr der Entscheidungen werden. Dieses Jahr. Es geht um die europäische Agrarpolitik, es geht um den Klimaschutz, um die Artenvielfalt und um die Rettung der Höfe. Und es ist klasse, dass ihr alle, alle da seid. Bis hinten zur Goldliesel sehe ich Menschen und Traktoren, die heute nach Berlin gekommen sind. Danke dafür. Ja, ihr seht super aus und es werden immer noch mehr. Ich möchte euch Jutta vorstellen. Sie ist Aktivistin. Sie hat ihr ganzes Leben einer besseren Landwirtschaft gewidmet. Unerschrocken und erfolgreich. Sie hat Felder von Gentechnik befreit und sie hat Kampagnen gegen Lidl gemacht, bis die endlich reagiert haben. Sie ist jetzt für Kampagnen unterwegs und für die Aktion Agrar. Und neben mir seht ihr Tanja. Die kennt ihr, viele von euch kennen sie schon von den letzten Demos oder aus dem Bücherregal. Denn ganz, ganz wichtige Bücher für unsere Bewegung stammen aus ihrer Feder. Zum Beispiel die Wegwerf-Kuh und jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr erschienen das Sterben der Anderen, wo sie zeigt, wie die biologische Vielfalt vielleicht doch noch gerettet werden kann. Wir beide, wir wollen euch heute durch die Auftakt- und die Abschlusskundgebung begleiten. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Wir haben jetzt die zehnte Demo, aber wir haben etwas Neues. Wir haben Gebärdendolmetscher hier vorne auf der Bühne direkt schräg vor mir. Und ich lade alle ein, die hören, nicht hören können, aber verstehen wollen, was passiert wird hier auf der Bühne. Kommt zu Armin und Christiane. Da ist nämlich Platz direkt am Gitter. Und alle, die hier vorne herkommen wollen, bitte lasst sie durch, damit alle mitbekommen, worüber wir hier heute reden. Das ist ein Riesending. Vielleicht nochmal einen dicken Applaus für unsere Dolmetscherinnen und unsere Dolmetscher hier vorne. Dankeschön.